Das Schöne bei unserem Projekt Machen Sie Flensburg bunt ist, dass da einfach auch kleinere Firmen mitmachen können und genau diesen Begriff mit lieben und mit anfassbaren Werten füllen können. Konkret durch die Bepflanzung von Verkehrsinseln Arbeitsplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen zu generieren. Das Ganze funktioniert über Sponsoren. Sogenannte Sponsoren sind in dem Fall regionale Firmen, die einfach sagen, wir haben uns eine Fläche ausgeguckt oder lassen uns gerne eine Fläche anbieten. Die wollen wir nach unseren Wünschen gärtnerisch gestalten lassen und diese Gestaltung erfolgt eben durch die Firma FDS, also ein Integrationsunternehmen. Es macht die Stadt konkret schöner, es schafft soziale Vorteile und am Ende kommt eben auch noch ein positiver Auftritt für die Firma bei raus. Das ist eben etwas Anfassbares hier vor Ort. Verräumt auf den Ball blushen... Deriedo für die Loadsth Wars.